Chubby Baby Öl Ein Hautreinigungsöl mit Weizenkeim, Sonnenblumenkern, Meerrettich und Mürreextrakten, das Babys Haut sauber hält. Es verhindert das Aufreißen und Austrocknen der Haut und ist besonders gut für Hautknitter, Falten und Fältchen. Auch für Erwachsene empfohlen, um Make-up zu entfernen und Ellbogen und Fersen weich zu machen. Dank seiner fast 400 Wirkstoffe ist der Ganoderma-Extrakt sehr effektiv bei der Beseitigung aller Arten von Hautbeschwerden. Sei es eine kleine Rötung oder sogar eine Gürtelrose oder ein Eczem. Es eignet sich auch hervorragend als Massageöl und wenn es gut einmassiert wird, entspannt es die Muskeln, löst Krämpfe, nährt die Haarfollikel und regt das Haarwachstum an. Das Geheimnis seiner Wirksamkeit ist natürlich der darin enthaltene Ganoderma-Extrakt, dessen Wirkstoffe direkt auf die Problemzonen einwirken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017